Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne mal Schritt für Schritt zeigen, wie man dann eigentlich ein KDP Low Content Buch auf Amazon publiziert. Wir wollen durch alle Einstellungen durchgehen, ich möchte auch jede Einstellung erklären, so dass ihr wirklich wisst, wie das Ganze funktioniert, damit ihr auch direkt eure eigenen Bücher umsetzen könnt und mit diesen Büchern Geld verdienen könnt. Wie man das also macht, das schauen wir uns jetzt an. In diesem Video wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie man dann eigentlich ein Taschenbuch auf kdp.amazon.com hochlädt. Eigentlich ist das Ganze relativ einfach. Ihr müsst zuallererst natürlich einen Account erstellen, dazu wie gesagt auf kdp.amazon.com gehen, anschließend dann hier oben auf mein Konto draufklicken und sobald ihr es getan habt, werdet ihr dann hier landen. Anschließend dann müsst ihr Folgendes machen, nämlich ihr müsst hier auf die linke Seite gehen und müsst auf Taschenbuch draufklicken. Sobald ihr das getan habt, seid ihr dann direkt hier in der Übersicht drin und könnt das Taschenbuch anlegen. Was genau wollen wir nun also hier tun? In unserem Fall wollen wir mal ein KDP Low Content Buch hochladen, das heißt einfach praktisch ein Notizbuch und in unserem Fall wollen wir erstmal die Sprache hier oben natürlich auswählen und sagen wir mal zum Beispiel, unser Buch soll auf Englisch sein, dementsprechend würde ich jetzt hier auf Englisch draufklicken, dann kann ich jetzt hier nach unten scrollen und kann den Buchtitel eingeben. Sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen ein Sketchbook verkaufen oder vielleicht ein Notebook oder dergleichen, da würde ich jetzt hier vielleicht das Ganze wie folgt benennen, nehme ich zum Beispiel, sagen wir mal, Sketchbook 120 Pages for Artists Artists Students und so weiter, sage ich jetzt mal. Also natürlich in eurem Fall, bitte das etc. austauschen gegen, sage ich jetzt mal, tatsächliche Begriffe. Ich würde diesbezüglich euch Folgendes vorschlagen, nämlich, dass ihr probiert, so viele Keywords wie nur oben wie möglich hier unterzubringen, das heißt möglichst viele Keywords praktisch in den Titel reinzutun, in den Untertitel reinzutun, das heißt zum Beispiel die Keywords aus Publisher, Rocket oder dergleichen. In meinem Falle mache ich es mal relativ kurz und knapp hier und schreibe einfach bei Untertitel Test, Test rein und dann scrollen wir weiter nach unten. Hier können wir jetzt die sogenannten Seriendetails hinzufügen. Müsst ihr das tun? Nein, keinesfalls. Also eine Serie bedeutet zum Beispiel, dass ihr von einem Buch mehrere Bücher habt, zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt jetzt eine, oder wir können es ja mal echt ein Beispiel machen, sagen wir mal Harry Potter oder sowas oder Herr der Ringe oder sowas. Da natürlich hat man eine Serie vorliegen, nämlich es gibt dann zum Beispiel Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4, Buch 5 und so weiter und so fort. Und bei der Auflage müssen wir einfach nur eine 1 reintun, wenn das natürlich die erste Auflage ist. In eurem Falle, wie gesagt, also einfach eine 1 reintun, dann beim Autor natürlich euer echter Name hier rein, zum Beispiel sagen wir mal, mein Vorname Leon und Nachname dann Schautari. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch noch einen zweiten Vorname eingeben, beziehungsweise einen Präfix, beziehungsweise auch noch mal einen Suffix, wenn ich das gerne haben möchte. Aber in meinem Fall nehme ich einfach nur Leon Schautari als Autonamen, dann scrolle ich weiter nach unten und kann jetzt hier bei mitwirkende Folgen es eingeben, nämlich weitere Autoren, Editoren, ich kann Leute hinzufügen, die eine Einleitung geschrieben haben, Illustratoren, die eine Einführung geschrieben haben, die Erzähler sind, Fotografen, Vorwort, Übersetzer oder unter Mitwirkung. Von all diese Informationen kann ich jederzeit hier hinzufügen, wenn ich das möchte. In eurem Falle gehe ich mir davon aus, dass ihr das einfach nicht braucht. So, dann kommen wir jetzt zur Beschreibung. Hier können wir jetzt also unseren Beschreibungstext hinzufügen und diesen können wir auch direkt hier drin auch HTML optimieren. Damit ist folgendes gemeint, nämlich wir können hier zum Beispiel bestimmte Begriffe dicker machen beziehungsweise können sie kursiv machen beziehungsweise können sie natürlich auch unterstreichen. Wir können hier sogenannte Bullet Points hinzufügen, was einfach nur bedeutet, dass wir praktisch Aufzählungszeichen hinzufügen können. Wir können auch zum Beispiel unterschiedliche Größen auswählen für die Überschrift, für die, ja, sechsmal die Größe 4 gibt es da, Überschrift 5 und auch die Nummer 6 und natürlich dann auch nochmal das Normalformat. Diese Optionen können wir hier wie gesagt jederzeit nutzen und wir können auch nochmal, wenn wir wollen, Quellcode hier integrieren und können dann das Ganze nochmal wirklich personalisieren, sodass es wirklich genau so aussieht, wie wir es gerne haben möchten. Ich würde euch diesbezüglich empfehlen, auf jeden Fall diese 4000 Zeichen hier auszunutzen und nicht, wie ich natürlich hier nur Test, Test reinzuschreiben. Genau, also das A und O ist wirklich hier, dass ihr da ein bisschen detaillierter vorgeht. So, natürlich kriegt ihr von mir auch nochmal in späteren Videos alle möglichen Templates, die ihr verwenden könnt, um hier eine gute Beschreibung zu erstellen. Das schauen wir uns alles wie gesagt noch gemeinsam an. Dann können wir jetzt hier wieder nach unten scrollen und können jetzt hier noch die Veröffentlichungsrechte hinzufügen. Da auf jeden Fall hier auf Ich bin Inhaber des Urheberrechts und der erforderlichen Veröffentlichungsrechte klicken. Das seid ihr natürlich, dementsprechend also hier draufklicken und dann bei den Stichwörtern wollen wir einfach die Stichwörter aus Publisher Rocket eingeben. Zum Beispiel würde ich jetzt hier, sagen wir mal, als Beispiel reinschreiben Sketchbook, Notebook und so weiter und so fort. Als Tipp von mir an euch, auf jeden Fall schreibt hier alle sieben Keywords rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann scrollen wir weiter nach unten. Hier können wir jetzt die Kategorie auswählen. Hier wollen wir nicht klassifizierbar nehmen, weil das eigentlich normalerweise passt für No- beziehungsweise Low-Content-Bücher. Natürlich, wenn euer Buch in eine andere Kategorie reinpasst, dann auf jeden Fall auf eine andere Kategorie draufklicken. Es kann zum Beispiel vielleicht sein, dass euer Buch unter, sagen wir mal, Bildung und Nachschlagwerke passt. Dann könnt ihr es, wie gesagt, hier drunter fassen oder zum Beispiel vielleicht auch sogar Sachbücher für Jugendliche oder einfach nur Sachbücher. Da könnt ihr natürlich jederzeit auch draufgehen. Zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt jetzt ein Buch für die Leute, die möglicherweise, sagen wir mal, sich interessieren für Gesundheit und Fitness. Dann könnt ihr hier draufgehen und könnt halt die jeweiligen Nischen diesbezüglich auswählen. Zum Beispiel habt ihr einen Diätplaner. Dann könnte man hier auf Diät und Ernährung draufgehen und könnt ihr zum Beispiel dann auf Gewichtsabnahme klicken oder Diäten oder was auch immer. Oder ihr lasst das einfach hier unten auf Nicht-Klassifizierbar. So, dann klicken wir auf Speichern. Dann sind da irgendwelche nicht-jugendfreien Inhalte drin. Natürlich nicht, dementsprechend nein, wir haben keine nicht-jugendfreien Inhalte und dann müssen wir nur auf Speichern und Fortfahren klicken und dann werden wir gleich zum nächsten Schritt weitergeleitet und hier passiert nun Folgendes, nämlich wir können uns zuallererst eine KDP-ISBN zuweisen lassen. Ihr könnt natürlich auch jederzeit eine eigene ISBN hinzufügen beziehungsweise könnt eine eigene erstmal registrieren und diese dann hier eintragen. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel in den No- beziehungsweise Low-Content-Bereich reingeht, dass ihr keinesfalls für eure ganzen Bücher immer eine ISBN euch holt, das ist wirklich, wirklich nicht notwendig. Also hier einfach auf mir eine kostenlose KDP-ISBN zuweisen klicken, anschließend dann auf ISBN zuweisen klicken. Hier steht nochmal Folgendes, nämlich Sie können zur Veröffentlichung Ihres Taschenbuchs eine kostenlose KDP-ISBN verwenden. Diese kostenlose ISBN kann nur mit KDP für den Vertrieb über Amazon und seine Vertriebspartner verwendet werden. Sie darf nicht für andere Verlage oder Verlags-Services verwendet werden. Was genau ist damit gemeint? Also grundsätzlich kann man schon mal Folgendes sagen, die ISBN, die Amazon euch gibt, ist keine offizielle ISBN. Das ist eher eine Identifikationsnummer auf Amazon. Früher hatte das Amazon, finde ich, ein bisschen besser benannt, nämlich früher hieß das nicht KDP-ISBN, sondern einfach eine sogenannte ASIN-Nummer, also praktisch A-S-I-N und ASIN war praktisch einfach nur eine Identifikationsnummer auf Amazon. Bloß jetzt das ganze KDP-ISBN oder nur kostenlose ISBN zu nennen, finde ich ein bisschen, naja, gut. Also wie gesagt, wenn jemand euch zum Beispiel nach eurer ISBN fragt, dann ist das nicht diese Nummer hier. Das hier ist wirklich nur eure KDP-ISBN, das ist keine offizielle ISBN, das heißt, die ist wirklich nur relevant für Amazon, aber nicht für andere Orte. So, klicken wir also dann mal hier auf ISBN zuweisen, sobald wir es getan haben, können wir dann hier direkt zum nächsten Schritt gehen. Hier können wir jetzt das Veröffentlichungsdatum hinzufügen und da würde ich jetzt zum Beispiel mal heute nehmen, der 20. Mai 2021, könnt ihr weiter nach unten scrollen und könnt jetzt hier die Druckoptionen hinzufügen. Und ich denke, einige von euch fragen sich jetzt sicherlich hier, okay, welche Option sollte ich denn eigentlich nehmen? Sollte ich jetzt hier, sagen wir mal zum Beispiel Inhalt in schwarz-weiß mit cremefarbenem Papier nehmen, sollte ich Inhalt in schwarz-weiß mit weißem Papier nehmen oder sollte ich Inhalt in premiumfarbenem weißem Papier nehmen? Wenn ihr ein KDP Low-Content-Buch publiziert, würde ich euch eine von diesen beiden Optionen hier empfehlen, ich würde aber eher zu dieser Option hier tendieren, nämlich Inhalt in schwarz-weiß mit weißem Papier. Zum Beispiel Inhalt in schwarz-weiß mit cremefarbenem Papier kann zum Beispiel sehr gut sein für sagen wir mal Romane, Novellen, all solche Dinge. Inhalt in schwarz-weiß mit weißem Papier würde ich normalerweise empfehlen für Non-Fiction-Bücher, das heißt Ratgeber und dergleichen und natürlich auch für No- beziehungsweise Low-Content-Bücher. Ich würde euch wirklich genau diese Option empfehlen, denn Inhalt in premiumfarben ist zum Beispiel für die Leute, die ganz, ganz viele Bilder drin haben, die zum Beispiel Bilderbücher oder dergleichen publizieren. Das kann auf jeden Fall dann wie gesagt Sinn machen, aber das macht auf keinen Fall Sinn für No- beziehungsweise Low-Content. So, dann müssen wir natürlich hier das Format wählen, da wählen wir 6x9 zum Beispiel, das ist das Standardformat, das ist auch gar nicht mal so schlecht für KDP-Low-Content-Bücher, ihr könnt natürlich aber auch etwas kleinere Formate nehmen, andere Leute nutzen zum Beispiel nicht nur das 6x9, sondern die nehmen dann zum Beispiel auch solche Formate wie 8,5x5,5 oder zum Beispiel, ich habe auch schon öfter mal gesehen, dass Leute solche nicht-standardmäßigen Formate verwenden. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich immer sehr zufrieden bin mit 6x9, es ist die Größe, mit der auch die meisten Freelancer und dergleichen sich wirklich gut auskennen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, gut, mir ist es relativ egal, wie groß das Buch ist und ich glaube auch dem Kunden ist es relativ egal, dann nehmt einfach 6x9, das ist die Standardgröße und ich denke, darüber wird sich absolut keine Person beschweren. Wenn ihr aber zum Beispiel sagt, gut, ich möchte, dass das Buch vielleicht in eine Hosentasche passt oder ich möchte, dass das Buch einfach ein bisschen kleiner ist oder einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllt und diese Größe erfüllt dann, wie gesagt, einen bestimmten Sinn und Zweck, dann geht auf die jeweiligen anderen Optionen drauf, aber ich denke mal, 6x9 ist eigentlich schon die beste Option, ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, das Format selbst definieren, dann einfach hier unten das Ganze eintragen, hier könnt ihr wählen zwischen Zoll und Zentimeter und dann gebt ihr, wie gesagt, hier die Breite ein und die Höhe ein, sagen wir mal zum Beispiel irgendwie Breite vielleicht 10 Zentimeter und Höhe ist dann zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, 7 Zentimeter, zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Buch oder wenn ihr es ganz groß haben möchtet, könnt ihr natürlich auch andere Optionen wählen, aber ich denke mal, diese Option ist hier schon fast die beste. Also, wir wählen mal 6x9, anschließend dann können wir jetzt hier weiter nach unten scrollen und können jetzt hier die Einstellung für den Beschnitt auswählen. Nämlich, wir haben ja Designs erstellt, die praktisch Bleed sind, es gibt aber hier die Optionen Kein Beschnitt und Beschnitt. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier auf Beschnitt zum Beispiel draufgehen und könnte halt diese Option wählen. Viele von euch fragen sich sicherlich, wo jetzt hier der Unterschied drin besteht und da haben wir Folgendes von Amazon, nämlich hier steht, wenn sie für ihren Inhalt die Option Beschnitt festlegen, kann bis zum Seitenranduhr darüber hinaus gedruckt werden. So wird sichergestellt, dass Bilder und Abbildungen richtig dargestellt werden. Für die meisten Bücher wird die Option Kein Beschnitt verwendet. Die Option Beschnitt ist nur in bestimmten Fällen erforderlich. Das Ändern der Einstellung für den Beschnitt hat keinen Einfluss auf die Herstellungskosten. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt Kein Beschnitt wählt und das waren ja die Designs, die wir erstellt haben, dann könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Wenn ihr Kein Beschnitt, oder wenn ihr Beschnitt wählt, wie gesagt, könnt ihr nicht viel falsch machen. Wenn ihr Kein Beschnitt wählt, könnt ihr aber auch nicht viel falsch machen. Da muss ich euch ehrlich oder offen zugeben, da könnt ihr nicht unbedingt zwingend wählen, was auch immer ihr möchtet, aber es macht keinen großen Unterschied. Das könnt ihr auch mal selbst mit den Designs austesten. Wenn ihr zum Beispiel, das werden wir gleich sehen, das Design hochladet, das wir erstellt haben, dann seht ihr, wie gesagt, dass es nicht 100% perfekt reinpasst, aber es wird dennoch definitiv zugelassen und es ist auch für die meisten, sag ich jetzt mal, Nutzern absolut gar kein Problem, weil es auf der einen Seite ein ganz kleines bisschen näher am Rand ist als auf der anderen Seite. Und wenn ihr zum Beispiel bei auch, sagen wir mal, Designs hochladet und die sind nicht absolut perfekt, gut, wenn ihr perfektionistisch seid, könnt ihr natürlich jederzeit auch nochmal kleine Änderungen dran vornehmen, aber ihr werdet sehen, dass das eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und Kein Beschnitt und Beschnitt ist eigentlich im No- bzw. Low-Content-Bereich relativ irrelevant, was ihr davon tatsächlich verwendet, außer natürlich, ihr möchtet Elemente haben, die dann tatsächlich bis an den Rand gehen. So, dann haben wir hier nochmal die Ausführungen des Taschenbuch-Covers, da gibt es zwei Optionen, Matt und Glänzen, was würde ich euch empfehlen? Also, ich persönlich finde immer Matt relativ schön. Ihr müsst natürlich selbst sagen, wenn ihr zum Beispiel vielleicht einen sehr, einen Cover habt mit sehr vielen Farben drauf und ihr möchtet, dass die ein bisschen noch besser hervorkommen, dann natürlich wählt Glänzen, aber ich persönlich wähle eigentlich immer Matt. So, dann können wir jetzt weiter nach unten scrollen und hier können wir jetzt unser Manuskript hochladen. Dazu klicke ich einfach nur auf Manuskript für ein Taschenbuch hochladen und dann suche ich einfach mal nach meinem Sketchbook und dieses wollen wir dann hier hochladen. Wir können hier mal eins von diesen hier nutzen, sagen wir mal dieses. Dann würde ich hier auf Öffnen draufklicken, das würde jetzt hier hochladen werden und könnte jetzt gleich ein paar Sekunden dauern. Dann wollen wir gleich auch nochmal unser eigenes Cover hochladen und dann müssen wir ein bisschen warten, weil das kann gut und gerne fünf bis zehn Minuten dauern, bis es tatsächlich fertig geladen hat. Hier unten haben wir jetzt also die Möglichkeit, ein eigenes Cover hochzuladen. Da gibt es zwei Optionen, nämlich wir können einmal den sogenannten Amazon Cover Creator verwenden und können damit unser eigenes Buchcover direkt hier in Amazon erstellen. Wir können aber auch hier unten auf bereits vorhandenes Cover hochladen klicken und können dann hier wirklich unsere eigene Cover-Datei hochladen. In meinem Fall würde ich mal folgendes tun und das ist übrigens auch ein Teil von Amazon, den ich euch sehr empfehle, mal zu besuchen. In meinem Fall würde ich jetzt hier eine Cover-Vorlage einfach mal hochladen, damit ich wirklich, ja, sagen wir mal, ein Cover habe, das von der Größe passt zu meinem Design und natürlich auch, dass, sag ich jetzt mal, dann dienen kann für den Cover-Design. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ihr habt einen Cover-Designer und der kennt sich nicht ganz so gut aus, was die Vorlagen angeht und der möchte einfach wissen, wie das Ganze funktioniert, dann könnt ihr euch hier eine Vorlage erstellen und könnt diese an den Designer weiterschicken und diese könnt ihr auch schon mal hochladen als das Cover, falls ihr noch keinen Cover habt, einfach um zu gucken, ob tatsächlich schon das Interior, das ihr erstellt habt, sag ich jetzt mal, passt zum Cover, ob das wirklich auch von Amazon angenommen wird. So, in meinem Falle gehen wir jetzt erstmal hier auf die Größe drauf, nämlich 6x9inches, anschließend dann gehen wir die Seitenzahl an, ich glaube, bei diesem Design müssten das 121 Seiten gewesen sein, dann die Papierfarbe hatten wir ja gewählt weiß und dann klicken wir hier auf Cover-Vorlage herunterladen und jetzt müssen wir Folgendes tun, nämlich wir müssen hier einmal kurz rausgehen und anschließend dann klicken wir auf diese Cover-Vorlage hier einmal kurz drauf, dann gehen wir auf dieses Design hier drauf, öffnen das und hier haben wir jetzt diese beiden Covers, wir können das hier einmal kurz hier umbenennen, wir wollen die PDF hochladen, also dieses hier und da sehen wir auch hier wieder hier sehr schön, welche Ransäge jetzt mal Bleed beziehungsweise No Bleed ist, dann können wir hier die Größe sehen, welches Papier und so weiter und so fort und hier unten wird dann der Barcode angezeigt, das heißt, damit können wir wirklich nichts falsch machen, wenn wir es hochladen und diese Vorlage könnt ihr übrigens auch an euren Cover-Designer weiterleiten. So, dann würde ich also hier wieder zurückgehen in meine Datei und jetzt kann ich hier auf Laden Sie Ihre Cover-Datei hochklicken oder hier gar nicht draufklicken und anschließend dann wollen wir hier draufgehen, wollen diese PDF auswählen, klicken auf Öffnen und jetzt wird dieses Cover hier hochgeladen, das könnte jetzt hier wieder ein paar Sekunden dauern und dann natürlich muss es noch einmal kurz laden, das sollte aber relativ schnell gehen und dann können wir auch schon direkt auf die Vorschau draufgehen und können dann, was ich jetzt mal, uns anschauen, ob tatsächlich das Cover und die Datei zusammenpassen. So, wir haben also einmal das Manuskript hochgeladen, wir haben einmal das Cover hochgeladen, danach wollen wir gleich hier unten auf Vorschau draufklicken und wollen uns das Ganze anschauen, das dauert jetzt aber ein paar Minuten, bis das Ganze geladen hat, das heißt, wir sehen uns gleich in einer Sekunde wieder. Der Upload wurde jetzt abgeschlossen und jetzt müssen wir noch Folgendes tun, nämlich jetzt müssen wir nach unten scrollen und müssen hier unten auf Vorschau starten klicken. Bevor wir das tun, ihr seht natürlich hier, dass da steht, das Manuskript wurde hochgeladen, das heißt, das ist praktisch das Zeichen, dass es funktioniert hat, darunter steht sonst normalerweise dieses Manuskript verarbeitet und wenn das Cover hochgeladen wurde, dann wie gesagt, steht auch hier folgendes, nämlich das Cover hochgeladen und ihr habt dann hier schon mal so eine kleine, sag jetzt mal, Vorschau davon. So, dann können wir jetzt hier weiter nach unten scrollen und können also hier nun auf Vorschau starten klicken, das können jetzt hier wieder ungefähr 30 Sekunden dauern, bis tatsächlich diese Vorschau gestartet wird. Wenn es bei euch manchmal ein bisschen länger dauert, ist absolut gar kein Problem und jetzt sehen wir, aha, das hat alles gepasst, hier steht nun herzlichen Glückwunsch und das passt alles perfekt, das können wir also genauso lassen, und dann sind wir auch schon tatsächlich durch, also ich würde einfach mal, wenn ich ihr werde, würde ich mich durch alles hier mal durchklicken, würde einfach schauen, dass das alles auch wirklich perfekt passt und das ist eigentlich alles genauso, wie es sein soll und dann klicken wir hier auf Freigeben, ihr könnt auch hier unten immer zu den jeweiligen Seiten gehen, zum Beispiel sagen wir mal Seite 121, das hätte so auch alles gepasst, also das Buch an sich ist wie gesagt perfekt, das A und O natürlich aber auch und das habe ich jetzt bei dieser Datei hier nicht gemacht, dass ihr natürlich ein Impressum nochmal hinten rein einfügt, das ist wie gesagt ganz ganz wichtig, noch ohne Impressum geht gar nichts, also das sollte auf jeden Fall dabei sein, so dann klicken wir einfach nur noch hier auf Freigeben und sobald wir es getan haben, können wir dann gleich zum nächsten Schritt übergehen, nämlich die Datei wurde jetzt, die Datei wurde freigegeben und dann gehen wir hier nach unten und klicken jetzt einfach auf Speichern und Fortfahren, davor können wir hier noch folgendes sehen, nämlich wie teuer das Buch ist, also wie teuer ist das Buch zu drucken, die Kosten liegen derzeit bei 2,30 Dollar und wir sehen es hier zum Beispiel 1,91 Pfund 1,91 auf Amazon UK 2,05 auf Amazon.de 2,05 auf Amazon.fr auf ES, auf IT und dann zum Beispiel 417 Yen auf der japanischen Webseite und so weiter und so fort, also klicken wir mal einfach hier auf Speichern und Fortfahren und dann können wir schon direkt zum nächsten Schritt übergehen und das ist jetzt tatsächlich auch der letzte Schritt schon, jetzt müsst ihr nur noch folgendes tun, nämlich ihr müsst hier erstmal die Rechte eintragen, das heißt die Rechte sind praktisch einfach nur, sag jetzt mal die Informationen, die ihr an Amazon bekommt und praktisch macht ihr wieder folgendes, ihr sagt, wo das Buch verkauft werden kann. Zum Beispiel in meinem Fall würde ich jetzt sagen alle Länder, das heißt ich habe die weltweiten Rechte, ich möchte das Buch auch weltweit verkaufen, ihr könnt natürlich aber auch einzelne Länder auswählen. Das würde ich euch aber normalerweise nicht empfehlen, einfach nur aus folgendem Grund, nämlich ihr könnt das Buch hier weltweit verkaufen, dann warum sollt ihr es nicht tun? Also wie gesagt, am besten einfach auf alle Länder draufklicken, dann Primärer Shop, hier sollten wir jetzt den Shop wählen, wo wir vor allen Dingen das Buch verkaufen möchten, also wo wir glauben, dass dort die meisten Leute es vielleicht kaufen würden und da nehme ich halt Amazon.com, weil natürlich unser Buch englischsprachig ist. Dann scrolle ich weiter nach unten, hier kommen jetzt die Preise, Tantien und der Vertrieb und hier kann ich jetzt den Preis definieren in Dollar erstmal, wir hatten ja gesehen, es kostet 2,30 Dollar, so weit ich das sehe, um das Buch zu drucken und wir wollen, sagen wir mal, das Buch anbieten für 4,99, das wäre natürlich sehr, sehr, sehr günstig und in diesem Falle würden unsere Tantien praktisch leider bei Null ausfallen, das heißt, wir müssten hier nochmal den Preis ein bisschen erhöhen, sagen wir mal 5,99 und unsere Tantien werden leider nur 9 Cent pro Verkauf und das ist natürlich ein bisschen unschön, dementsprechend müssten wir vielleicht mal das Ganze ein bisschen noch nach oben schrauben, sagen wir mal zum Beispiel 6,99 und dann würden wir zum Beispiel 49 Cent pro Sale bekommen und wenn wir es natürlich noch weiter nach oben schrauben, sagen wir mal 12,99, dann hätten wir zum Beispiel hier 289 pro Sale. Dann da oben haben wir natürlich noch den erweiterten Vertrieb, den können wir hierzeit anschalten, was einfach nur bedeutet, dass Amazon unsere Bücher noch, sag ich jetzt mal, an mehr Unternehmen zum Beispiel verkaufen wird beziehungsweise an Einzelpersonen verkaufen wird. Erweiterte Vertrieb können wir auch hier sehen, da steht folgendes Buch, Großhändler können ihre Titel auch anderen Online-Shops, Bibliotheken, Universitäten und Buchhändler neben Amazon anbieten. Die Anmeldung unterliegt den teilnahen Bedingungen, das heißt, es ist einfach nur ein Weg für uns, mehr Leute zu erreichen und noch mehr Geld zu verdienen. Also sagen wir mal, wir wählen zum Beispiel hier einen recht günstigen Preis von vielleicht 6,99 Euro, dann hätten wir zwar nur Tantiemen von 49 Cent, aber damit können wir natürlich erstmal haufenweise Sales aufbauen und dann, wenn wir diese ganzen Sales generiert haben, wollen wir natürlich schlussendlich auch den Preis irgendwann erhöhen, zum Beispiel auf 7,99, auf 10,99, auf 12,99 und so weiter und so fort. Aber am Anfang ist es normalerweise ganz gut, den Preis erstmal möglichst gering einzustellen, damit man halt Sales generieren kann. So und dann scrollen wir hier weiter nach unten, jetzt können wir hier auf Taschenbuch veröffentlichen klicken, dann dauert es normalerweise ungefähr 72 Stunden oder eigentlich ein bisschen schneller geht es normalerweise, sagen wir mal, vielleicht 24 bis 48 Stunden, dann ist das Buch publiziert, Amazon sagt aber, dass es halt bis zu 72 Stunden dauern kann, normalerweise geht es schneller und dann ist das Buch online und wird auch schon direkt verkauft. So einfach geht das Ganze. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.